So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, wir kommen zum nächsten Video auf der Liste. Jetzt habe ich schon zwei hochgeladen heute. Das ist das dritte, das muss ich auch unbedingt raushauen. Andere würden sagen, lasst es doch einfach. Ich sage, zieht euch das mal rein. Ihr guckt die Videos, die euch interessieren. Wenn ihr das eine Thema uninteressant findet, lasst ihr das aus und habt vielleicht ein anderes Video, was euch besser gefällt. So ist für jeden sicherlich was dabei. Und viele fragen sich natürlich, wie wird man Level 40? Ihr habt ja gehört, bis zum Ende des Jahres hat man noch Zeit, Level 40 zu werden, um ein besonderes Outfit zu bekommen, um eine besondere Medaille zu bekommen. Für alle, die also noch nicht Level 40 sind, ist das Video wohl sehr interessant. Viele fragen jetzt schon immer nach Freunden. Ist Freundschaft das Wichtigste? Was gibt es noch, wie man effektiv EP farmen kann, leveln kann? Obwohl, eigentlich kann ich sagen, ja, Freundschaft ist das Wichtigste. Sucht euch Freunde und dann ist alles gut. Oder macht einen YouTube-Kanal auf, postet dann immer in der Videobeschreibung euren Link, euren Freundschaftscode. Dann habt ihr jeden Tag 200 Freundschaftsanfragen, so wie ich, und könntet theoretisch unendlich EP farmen. Immer annehmen, öffnen, löschen, annehmen, öffnen, löschen. Ich will ja aber mit den Leuten, die reinkommen, immer durchziehen. Und nur wenn einer inaktiv ist oder wird oder nicht aktiv genug, fliegt der eine raus und ein anderer rutscht nach. Aber ich will jedem eigentlich die Möglichkeit geben, mich diese 90 Tage zu begleiten, wo wir auch zusammen raiden können. Wir können zusammen kämpfen, ihr könnt mich einladen, ich kann euch einladen, ihr könnt da mitmachen, hier mitmachen, hin und her, alles klar. Und jetzt zum Artikel zurück, wieder mal von GoGames. Max Beckmann hat da was geschrieben, wir wollen uns das mal angucken. Level 40 EP Guide. Level 40 ist das bisherige Maximal-Level in Pokémon Go. Man braucht 20 Millionen Erfahrungspunkte. Das war ja schon immer was. So viele Leute haben Level 40 gehabt. Und dann war das irgendwie so, boah, ich bin 40, ja, ich bin auch 40. Aber es gab immer einen Unterschied, eben noch durch die Erfahrungspunkte, die man sammeln konnte. Weil manche waren Level 40 mit 21 Millionen. Andere waren Level 40, haben 100 Millionen. Die haben sich natürlich schon deutlich voneinander abgehoben. Wenn ihr schon Level 40 seid, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Erfahrungspunkte ihr insgesamt gerade habt. Die, die nicht Level 40 sind, können auch mal reinschreiben, wie viele Erfahrungspunkte sie gerade haben, dass man vielleicht ungefähr abschätzen kann, schaffen die es noch in dem einen Monat Level 40 zu erreichen. Wenn euch nur noch 500.000 fehlen, würde ich sagen, ja, das schafft ihr locker. Wenn euch noch 19 Millionen fehlen, würde ich sagen, wird ein bisschen knapp. Ich bin aktuell bei ca. 308 Millionen Erfahrungspunkten. Wie gesagt, 20 Millionen ist Level 40. Wir sind jetzt bei 308. Was natürlich viel durch die Freundschaften eben auch kommt. Auch die Raid Manias spielen da sicherlich eine große Rolle mit. Ist ja auch immer Glücksei an. Während die Levelaufstiege kommen, gibt es zusätzlich ein Raid nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Die Leute fragen auch immer, Ramses, warum fängst du denn die Pokémon nicht? Ich lecke mir die Finger danach, aber wenn das eh schlecht ist, was nützt mir in dem Moment dieses Pokémon? Dann raide ich lieber in dem Moment effektiv mit euch. Unsere Level steigen auf, unsere Freundschaftsinteraktionen sind da, dass es dann da drüber wieder EP gibt. Und wenn ich jetzt einen Raid Boss fange, habe ich vielleicht drei Bonbons von dem Raid Boss. Schaffe aber einen Raid weniger, wo es vielleicht sechs Sonderbonbons gab. Und dann habe ich lieber sechs Sonderbonbons, die ich zur Not auch in diesen Raid Boss stecken kann. Als dass ich drei Stück nur für das Fangen bekomme. Ist für mich also sinnvoller. Deswegen Tap and Go oder hier einfach Tap and Sit. Ist egal. Jetzt aber weiter zurück zum Artikel natürlich. Es gab auch hier bereits Spieler, die nach unter 90 Tagen diesen Meilenstein erreicht haben. Am Anfang war es natürlich viel, viel schwerer. Gerade ohne die Freundschaftsaufstiege, die man machen konnte, gab es am Anfang schon Leute, die unter 90 Tagen das gerissen haben. Diese komischen Abenteuerwochen, wo ihr bei jedem Pokestop, den ihr noch nicht gedreht habt, gleich zehn Millionen bekommt. War das natürlich auch eine gute Sache, auch ohne Freundschaften da ordentlich fett aufzusteigen. Wenn die sowas jetzt nochmal bringen, gegen Ende des Jahres, dann könnt ihr auf jeden Fall in vier Tagen einen Account von Level 1 auf 40 ziehen. Oder wenn ihr noch ein paar offene Aufstiege habt, könnt ihr vielleicht Glück haben, da nochmal eine ganze Menge mitzunehmen. Ansonsten würde ich sagen, in einem Monat jetzt wird es schlecht, obwohl wir in einem Monat ja es auch geschafft haben, einen Account von Level 1 auf 40 zu ziehen. Aber das eben nur mit Community, mit genügend Leuten, die mitmachen, die adden. Ich musste selber niemanden adden, weil ich immer Anfragen bekommen habe. Andere, die posten ihren Trainercode hundertmal und bekommen eine Anfrage. Und dann müssten die sich die Mühe machen, selbst einfach überall jeden zu adden, den die sehen. Machen sie aber meistens nicht, weil die sagen, hier mein Code, kommt alle her, was wollt ihr denn? Dann müsst ihr halt selbst auch was dafür tun. So, in diesem Guide gehen wir daher auf einzelne Features ein, mit denen ihr die maximalen EP rausholt. Vielleicht sogar noch vor Jahresende Level 40 zu erreichen. Denn wer vor dem 1. Januar 2021 Level 40 erreicht, erhält eine exklusive Level 40 Medaille im Spiel. Glückseier, ganz wichtig, existieren seit dem Start von Pokémon Go, gehören zu den Premium-Items, beim Level-Up und bei manchen Spezialforschungen gibt es immer wieder Glückseier kostenlos. War auch wichtig bei den Accounts, die wir gemacht haben, wir haben ja da kein Geld reingesteckt, wir haben keine gekauft. Wir haben immer versucht, die Glückseier nur aus den Level-Aufstiegen mitzunehmen, effektiv einzusetzen. Man nur reingeht ins Spiel, wenn man gerade einen Raid macht und wirklich das Maximum an Geschenken öffnet, wo viele Level 1er dann aufgestiegen sind oder Level 2er. Und durch Arena-Sätzen nach 2-3 Tagen da auch wieder Münzen zu haben, um vielleicht mal wieder ein Glückseier nachher zu kaufen oder die vorhandenen so lange zu nutzen, bis man ein Glückseier-Paket kaufen kann. Also auch ohne Echtgeld reinzustecken, könntet ihr effektiv in einem Monat mit Glückseiern und Freunden Level 40 erreichen, ohne auch nur einen einzigen Sender reinzustecken. Wer natürlich Geld ausgibt und 24-7 mit Glückseiern rumrennt, gibt es hier in Hibu, Leute, gibt es auch in Singapur, Leute. Grüße gehen raus und Brenton Tan, Bruder, ich liebe dich. Und ja, es ist auf jeden Fall, aber ihr müsst nicht zwingend Geld da reinstecken. Für den größten Teil muss man Glückseier mit Poggemünzen kaufen. Die Entscheidung, ob sich eine Investition in Glückseier lohnt, liegt bei jedem Spieler selbst. Durch die Verdopplung der EP kann man aber fast pauschal sagen, ohne Glückseier braucht man für jedes Level doppelt so lange. Wer also drauf Wert legt, möglichst schnell Level 40 zu erreichen, wird um das eine oder andere Glücksei nicht umherkommen. Viele haben ja auch so, äh, Level 40, warum kriegt man da jetzt noch Glückseier? Herr Ramses, du bist doch Level 40, wieso machst du denn ein Glücksei an bei der Raid Mania? Ihr seht, Level-Erweiterung. Und jetzt plötzlich stehen die Leute da und fassen sich in die Hose und sagen, nichts. Also, man, wenn man die Eier hat, kann man die doch nutzen. Auch bei manchen Paketen, wenn man Raid-Pässe kauft, sind vielleicht mal Eier dabei. Warum die vergammeln lassen? Sinnvoll nutzen. Immer Sinn, mit Sinn und Verstand spielen. Freundschaft, hier steht es einfach nochmal dabei. Die ganzen einzelnen Stufen, gute Freunde, 3000. Das ist wirklich, wenn ihr die erste Interaktion mit einem neuen Freund macht. Viele denken, da gibt es nichts, weil das nicht groß angezeigt wird auf dem Bildschirm. Aber unten links in der Ecke sieht man das, selbst wenn ihr ein einzelnes Geschenk öffnet. Es gibt immer 3000 Punkte für neue Freunde. Mit Glücksei 6000. Super-Freunde 10.000 oder 20.000. Hyper-Freunde 50.000 oder 100.000. Und das Knalligste ist natürlich, beste Freunde mit 100.000 oder 200.000. Wenn ihr schnell leveln wollt, würde es aber nicht ausgehen, dass ihr jetzt 200 Leute annehmt und 90 Tage lang versucht mit den 200 Leuten auf beste Freunde zu machen, da würde es sinnvoller sein, nach 30 Tagen bei Hyper-Freunde rauszuhauen, in den nächsten 30 Tagen wieder Hyper-Freunde zu haben, in den nächsten 30 Tagen wieder Hyper-Freunde zu haben, denn dann habt ihr dreimal Hyper-Freunde gehabt. Sprich, das sind dann 300.000. Während ihr bei 90 Tagen aber ja noch einmal beste Freunde gehabt hättet, was nur 200.000 sind. Noch effektiver wäre es aber sogar, glaube ich, bei Super-Freunde schon einen Cut zu machen, also nur Level 1 und Level 2 mitzunehmen. Raus, wieder neue Level 1, 2, Level 1, 2. Sieht im ersten Moment nicht so stark aus, aber die Masse macht es. Es geht aber natürlich nur, wenn ihr wirklich genügend Anfragen habt und genügend Leute euch ätten und was schicken und mitmachen. Ist aber möglich. Wie gesagt, wenn ich natürlich jetzt nur 50 Freunde habe und keine Anfragen, dann lösche ich keine Super-Freunde raus, das ist auch klar. Für jede Freundschaftsstufe, die ihr erreicht, erhaltet ihr einmalig einen EP-Bonus. Wenn ihr mit verschiedenen Freunden gleichzeitig eine neue Freundschaftsstufe erreicht, beispielsweise durch einen gemeinsamen Raid, so lohnt es sich, ein Glücksei zu zünden und dieses möglichst effektiv auszunutzen. Aktuell kann man durch die Corona-Boni bis zu 30 Geschenke am Tag öffnen und somit auf diesem Wege mit bis zu 30 Freunden interagieren. Selbst kann man bis zu 100 Geschenke am Tag verschicken, sodass man im Idealfall mit bis zu 130 Freunden in Summe interagieren kann. Eigentlich wäre in diesem Freundschafts-Dings, war es glaube ich sogar möglich, 45 Geschenke zu öffnen. Aber das, wann ist denn der Artikel, der müsste doch aktuell sein, oder? Ich habe mich einfach so krass verzählt und eigentlich habe ich gar nicht gezählt, ich habe nur wieder auf das gehört, was andere gesagt haben. Ebenfalls durch die Corona-Boni kann man aktuell mit jedem Trainer in seiner Freundesliste einen Trainerkampf bestreiten, was ebenfalls als Interaktion zählt und die Freundschaft steigert. Somit könnt ihr theoretisch mit allen 200 Freunden in eurer Liste täglich interagieren. Wer es also wissen will, macht das. Es lohnt sich. Sucht zunächst in lokalen Gruppen nach aktiven Spielern, die jeden Tag Geschenke öffnen oder verschicken. Sucht außerdem national und international nach Freunden, die das gleiche Ziel verfolgen und möglichst schnell EP sammeln möchten. Facebook-Gruppen, Telegram, Discord-Server, Foren, alles ideal. Wir haben ja auch bei uns im Discord-Server einen Bereich, wo Trainercodes reingepostet werden können. Geht dann halt rein, edit einfach alle. Wenn ihr es seht, da schickt keiner, schmeißt raus, edit die nächsten. Geht auf Facebook-Gruppen, spamt alles zu. Im Live-Chat, spamt alles zu. Werdet gelöscht, aber egal. Versucht es wenigstens. Raids. Raids wurden 2017 erstmals in Pokémon Go eingeführt. Die ersten legendären Raids kamen. Deswegen, ich mache eigentlich immer nur legendäre Raids. Die geben einfach die meisten Punkte. Ich würde nie meinen freien Pass für einen 1er Raid ausgeben. Mache ich eben beim 5er Raid. Aber gut, nicht jeder hat die Möglichkeit, einen 5er Raid zu machen. Wenn er alleine ist zum Beispiel, dann schafft ihr den nicht. Dann nehmt ihr kleine mit. Aber so ist es natürlich nützlich. 10.000 Punkte Raid gemacht. Glücksei 20.000 Punkte. Und es gab ja auch mal Events, wo es eben doppelte Raid-EP gab. Dann hat man eben 40.000 Punkte für einen Raid bekommen mit Glücksei. Und wenn man dann gleich 3 Stück zusammen gemacht hat und hat 120.000 mit einem Glücksei bei 3 Raids rausgeholt, war das auch ne nette Sache. Hab ich irgendwie schon lang nicht mehr gehabt. Ich würde mir aber wünschen, dass mal wieder ein Event kommt, wo es doppelte Raid-EP gibt. Und das kombiniert mit einer Raid-Mania. Bei der Raid-Mania fliegen so viele Punkte rein. Es ist so krass. Aber es gab bisher noch keine Raid-Mania oder Raid-Stunde, wo es auch doppelte Raid-EP gab. Das würde richtig brutal sein. Da müsste ich wirklich mal gucken, wie viel ich vor und nach der Raid-Mania habe. Aber gut, ihr habt ja keine Raid-Mania. Wie gesagt, macht euch einen Kanal, nennet euch Ramses der Dichte und dann macht eine Raid-Mania. Vielleicht bringt euch das noch weiter mit euren EP. Diese legendären Raids erfordern mehrere Trainer, bieten auch eine entsprechende Menge Erfahrungspunkte dafür. Legendärer Raid oder Mega-Raid ist ja auch, gibt es beides mal 10.000. Darüber hinaus erhaltet ihr noch Erfahrungspunkte für das Fangen. Es finden immer wieder Events statt, in denen es mehr Erfahrungspunkte für einen Raid gibt oder in denen Glückseier länger anhalten. Leider aber diese doppelten Raid-EP habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wenn ihr noch wisst, wann es das letzte Mal doppelte Raid-EP gab, schreibt es mal in die Kommentare. Legendäre Raid-Stunden lohnen sich besonders, um in kurzer Zeit sehr viele Raids zu machen, viele EP zu sammeln. Je mehr Spieler ihr seid, desto schneller geht es. Der nächste Raid, zack, Glücksei, voll ausnutzen, wunderbar. Durch die Fan-Raids sind Wafu-Raids auch von zu Hause aus möglich. Wafu, also das war das mit dem Tap-and-Go und Lobby rein und raus und hin und her und bla. Man benötigt hierzu lediglich ausreichend Freunde, die einen zu Raids einladen. Wer hat das schon? Pokémon fangen und entwickeln. Es gibt ja auch neue Werte, haben sie ja alles umgesetzt. Ihr seht ja, alter Wert, 100, neuer Wert. Pokémon flüchtet, nix. Guter Wurf, zack, fabelhafte Würfe. Verbessert eure Wurfkünste. Versucht immer fabelhaft zu werfen. Wenn ihr für einen fabelhaften Wurf direkt 1000 Erfahrungspunkte kriegt, statt 100, wie sonst. Nehmt das mit, auch die Entwicklungen lohnen sich wieder. Ihr seht das ja hier. Pokémon entwickeln, es gab immer 500, jetzt gibt es 1000. Sonst gab es nur 1000. Wenn ihr eine zweite Stufe entwickelt habt. Ich habe trotzdem dann immer nur die erste Stufe genommen. Und die erste und die erste war bonbon sparender. Und man konnte mehr entwickeln. Und das hat das ausgeglichen. Jetzt lohnt es sich erst recht, die ersten zu entwickeln. Weil 1000. Also Glücksei an, Entwicklungs-Session, Sinn zurück. Macht das. Als ich noch nicht Level 40 war. Ich habe immer so viele Pokémon gesammelt. Bis ich 100, 200 Stück hatte, die entwickelbar waren. Hab ein Glücksei angemacht. Hab mir einen Countdown gestellt. Und hab die halbe Stunde lang nur durchentwickelt, entwickelt, entwickelt, entwickelt. Und ihr habt gesehen, wie euer Balken wächst und ihr Level 40 immer näher kommt. Seitdem ich Level 40 war, hab ich nie wieder eine Entwicklungs-Session gemacht. Weil man dann eben durch die Raids die Punkte bekommen hat. Durch die Freundschaften die Punkte bekommen hat. Und weil die Entwicklungs-Sessions wirklich einfach anstrengend. Und es ist nicht schön. Aber es ist effektiv auf jeden Fall. Jetzt ist es doppelt effektiv. Mit Glücksei vierfach effektiv. Also, nehmt das alles mit. Auch Eier ausbrüten. Lohnt sich jetzt mehr. Brütet viele Eier aus. Dann zu notern. Holt euch halt die Defit-App. Wenn die immer noch funktioniert, weiß ich nicht. Oder gönnt euch so eine Handy-Schaukel. Lasst den ganzen Tag die Eier schaukeln. Arena in einem Rutsch besiegen. Hab ich noch gar nicht gelesen, dass das überhaupt irgendwas macht. Um die maximale Anzahl an Pokémon zu erhöhen, lohnt es sich, sich zu bewegen. Oder sofern man nicht... Wieso ein Pokémon? Zuhause weg kann ein Rauch zu erzünden. Ja, damit ihr halt mehr Pokémon fangt. Wer genügend Bonbons gesammelt hat, kann seine ungewollten Pokémon für EP entwickeln und sammelt so mit dem neuen EP-System gleich 1000 EP pro entwickelten Pokémon mit einem Glücksei auf 2000. Sofern es ein neuer Pokédex-Eintrag ist, 4000. Parallel sollte man während einer Entwicklungssession ein GoPlus verwenden, um auch hier zusätzliche EP zu nutzen. Als wir damals in Jena waren und sind durch die Großstadt gelaufen und es war dieses Thanksgiving-Event, ich habe auch das GoPlus angemacht, Glücksei angemacht und dann entwickelt. Ich bin durch die Stadt gelaufen und habe eine halbe Stunde nur entwickelt, 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 habe mich dabei bewegt, sodass auch währenddessen dann auch Eier aufgegangen sind und das GoPlus trotzdem Stops gedreht hat und Pokémon gefangen hat. Das war so heftig zum Farmen, solche Events, das waren damals noch richtig krasse, brutale Zeiten und macht man alles nicht mehr. Ist irgendwie alles abhandengekommen seitdem. Egal ob GoPlus, Pokéball Plus oder Gotja, dass sie hier das Gotja überhaupt reinschreiben, das ist nicht mal ein offizielles Produkt, würde ich aber empfehlen. Ich bin mit Gotja komplett zufrieden, sieht auch am besten aus, meiner Meinung nach. Mit diesem Zusatzgerät könnt ihr das letzte bisschen aus eurem Spiel rauskitzeln. Egal wo ihr sitzt, selbst in der Schule, ihr schreibt die Klassenarbeit, lasst das Gotja laufen, fangt Pokémon, dreht Stops, es geht um Leben oder Tod. Irgendwann könnt ihr dann sagen, ich habe zwar eine 6 geschrieben, aber ich bin Level 40 geworden und habe eine Medaille bekommen. Eure Eltern werden auf jeden Fall stolz auf euch sein. Ach so, wer auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule ist, sollte grundsätzlich während der Fahrt nicht das Handy in der Hand haben. Deswegen Gotja, Bruder, Gotja, wenn ihr Handy in der Hand habt, ihr werdet abgezogen. Macht Gotja an die Hand, habt die Hände in der Hose, steht da und sagt, was geht ab, Bruder. Und dann ist alles okay, euch zieht keiner mehr ab. Fazit, realistisch betrachtet müssen wir an dieser Stelle erwähnen, dass es nicht für alle Spiele möglich sein wird, noch in diesem Jahr Level 40 zu erreichen. Denn je nachdem, wie viele EP noch fehlen, ist dies nur mit sehr, sehr viel Geldeinsatz möglich. Wer jedoch heute schon Level 38 ist und bereit ist, entsprechend viel Zeit zu investieren, der kann mit etwas Fleiß durchaus noch dieses Jahr Level 40 erreichen. Grundsätzlich besteht jedoch kein Zeitdruck, denn außer der exklusiven Medaille und einem Garados-Hut, Digga, den Garados-Hut, den will doch jeder haben, verpasst man nichts, wenn man etwas später Level 40 wird. Wollt ihr den Garados-Hut, wollt ihr die Medaille, Medaillen sind wichtig, sage ich auf jeden Fall. Schreibt also mal rein, habt ihr einen Go-Plus, habt ihr einen Pokéball-Plus, habt ihr einen Gotja, seid ihr Level 40, wie viele Erfahrungspunkte habt ihr insgesamt gerade als Level 40er und wie viele habt ihr auch, wenn ihr nicht Level 40 seid, damit wir sehen können, erreicht ihr das noch, erreicht ihr das nicht mehr, schafft ihr das, wird auf jeden Fall sehr interessant. Finde ich cool diesen Artikel, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nehmt nicht alles so ernst, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen schnepper ich heute alles raus.